Das kann doch nicht alles gewesen sein. Du glaubst, du hast deinen Platz im Leben gefunden. Aber du möchtest noch einmal etwas verändern. Vielleicht möchtest du in die Führungsebene aufsteigen. Oder dich selbstständig machen. Oder deine ersten Mitarbeiter einstellen. Oder vielleicht möchtest du einfach nur deine Lebensqualität verbessern. Du suchst nach einer neuen Herausforderung. Veränderung ist schwer. Du bist dir noch nicht ganz sicher, wie du deine Wünsche in die Realität umsetzen kannst. Noch wirst du von deinen inneren Gummibändern gebremst. Sie halten dich von deinem Lebenserfolg ab, den du bereits in dir trägst. Lebenserfolg kann leicht sein. Mit der richtigen Einstellung löst du deine innere Handbremse und gehst deinen Weg. Du führst ein erfülltes Leben. Aufgaben machen dir Spaß und fühlen sich sinnhaft an. Auf einmal siehst du die Lösung für Probleme klar vor deinen Augen. Mein Name ist Otro Torno. Auch ich suche ständig neue Herausforderungen. Dieses Video ist der beste Beweis. Denn ich stelle mich der Online-Welt. Und das sogar gerne. Denn weißt du was? Es gibt keine Alternative, wenn wir Zukunft möglich machen wollen. Leben heißt Bewegung. Bewegung heißt Veränderung. Veränderung. Veränderung bedeutet Wachstum. Nichts ändert sich. Außer du änderst dich. Weil ich weiß, wie schwer Veränderungen im eigenen Leben sein können, möchte ich dir mit meinem kostenlosen Live-Training dabei helfen. Außerdem erfährst du, weshalb eine gute Meinung von dir selbst wichtig ist. Wie du Klarheit über deine eigenen Arbeits- und Lebensziele erlangst. Wie du dich und andere selbstsicherer und souveräner führst. Wie du deine eigenen Ressourcen kennenlernst und aktivierst. Und wie du auch bei Rückschlägen die eigene Motivation nicht verlierst. Wenn du beim kostenlosen Live-Training dabei sein möchtest, dann klicke jetzt auf den Button unter dem Video. Im nächsten Schritt kommst du auf eine Seite, auf der du dich registrieren kannst. Sobald du dich angemeldet hast, bekommst du den Link zum nächsten Live-Training-Termin zugeschickt. Dann kannst du an meinem kostenlosen Live-Training teilnehmen. Ich freue mich auf dich!